so hallo wir machen weiter bei kirby und das verlorene vergessene land irgendwie sowas letztes mal haben wir die erste welt abgeschlossen und sind jetzt in der zweiten welt die offenbar mit wasser zu tun hat ich hoffe wir kommen schnell durch weil ich eigentlich keine lust auf wasser level habe aber hey vielleicht sind sie auch cool manchmal schafft es nintendo ja coole level zu machen man soll es glauben nicht so gucken wir mal was passiert schlage ich weit genug aus ja jetzt habe ich die missionen nicht gelesen ach so klar gibt es ja auch noch nicht wir haben noch das schwert hier ist schon mal nichts ich fress gerade mein mikro moment das klang wahrscheinlich gerade ganz komisch es hat sich irgendwie immer näher an mich herangewagt kann ich unter wasser auch ich kann unter wasser aufschlagen sehr gut also im wasser ist es noch nicht unter kann ich tauchen weil wir schon dabei sind nein also ich kann ich kann im wasser mich genauso bewegen wie wie normal kann im wasser die power abgeben und alles möglich okay das macht es ja schon mal recht cool dann könnte das wasser vielleicht gar nicht so schlimm sein dieser busch ist unzerstörbar gut zu wissen oh es gibt melone ach so aber das ist bestimmt was mit einer mission so kokosnüsse öffnen drei millionen stück jawohl knacke drei klopf kopf nüsse ok werden wir tun kann ich da hochklettern wenn ich mario nein kann mario hochklettern ich weiß es nicht ich mag das schwert das schwert ist eigentlich als als dinkt als als dinks voll cool und wie gesagt also wenn man einfach nur so schwimmt als würde man hier laufen ist es ja eigentlich ganz entspannt okay was bist du denn oder eher wer oh ich sehe dinge einmal dass es hier weiter geht aber das will ich noch gar nicht kann ich dich eigentlich oh ok ok der der interessiert sich relativ wenig für mich aber ich grüße mich für die kapsel da drüben und für die kopf nuss nein komm her sehr schön das war dann auch schon mal drei zwei von drei ok ist das ein so kurzes level oder dass die mission einfach nur sehr schnell erledigt bei warum waren es denn bei den ersten malen so joh 55 tülpen finden und jetzt die meisten waren immer dann nur so drei irgendwas ok was kann ok was sind das für fähigkeiten die hatten wir beide noch nicht ach doch das ist okay das ist das ist lava also feuer kennen wir schon was ist das das kennen wir jetzt aber wirklich noch nicht ach doch das ist der boomerang die sehen jetzt einfach so aus weil die jetzt so ok ok cool da kommt dann lieber den boomerang das habe ich immer ein schwert verloren ach dann kommt jetzt ein kampf ne bäm 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 nein ich will es so machen dass ich dauerhaft schaden mache aber das krieg ich nicht hin aber ich kann nicht mehr noch nicht zusetzen also obwohl wir ja die wilde schwierigkeit spielen noch schwierig ist das spiel bisher nicht aber wir werden sehen wohin das noch geht so den saugen wir jetzt aber ein weil ich will wissen was der für eine fähigkeit hat der hammer damit kann ich springen und dann halt ordentlich zu schlagen ok schauen wir mal ob wir den für irgendwas brauchen hier ähm und vor allem interessiert mich wenn wir jetzt gleich so eine klopffnuss wieder finden ob die mit einem schlag erledigt ist weil so ein hammer dürfte schon ordentlich drauf knallen äh ich könnte da drüben weiter ich könnte hier weiter wir gehen erstmal da die leiter hoch ich schätze mal die leiter ist optionaler weg ja aha so ne ach stimmt die müssen wir ja auch noch finden wir haben erst einen einzigen gefunden aber es ist auch der erste ok alles gut es ist auch der erste dann dann sind wir ja zufrieden so die kann man manchmal nicht angreifen lol zerstöre die sanskulptur okay das war eine mission ah ok noch kann man sie angreifen das ging irgendwie wenn die zu so einem hund werden ging das irgendwie nicht zumindest im original ok bisher habe ich keine weitere klopffnuss gefunden ok da ist der hammer wenn ich ihn verlieren sollte das ist ja der hammer äh so ist hier drüben was nein kann ich hier dran vorbei nein schlechte idee ok alles klar dann gehen wir gehen wir den richtigen weg ist in ordnung oh tschüss hey was machst du denn yo das ist chillig sehr schön mittlerweile wissen wir ja wofür wir die Münzen brauchen die sind tatsächlich wichtig was ist das auch wieder irgend das war einfach ein gegner ich habe das nicht als gegner wahrgenommen oh lol 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 aha erwischt aha ein geheimweg derzeit nicht zu schwer zu finden war aber ein geheimweg missionsgeheimweg auch aha muss ich das schnell sein natürlich easy sehr schön so hätte ich hier noch was machen können ich glaube nicht passt schon ne passt schon so weiter im programm du kannst dich gleich mal hier von der wand verabschieden kann der jetzt übrigens mit dem hammer ihr irgendwas ne also die die sind völlig uninteressiert an meinen aktionen aber die gehen jetzt auch nicht gezielt auf mich das ist ok jux gib mir die münze nein mit meinen hammer so nämlich nicht dabei auch mensch gerby wir fliegen mal drüber das scheint mir leichter das hat fast gut funktioniert wir müssen immer noch ne ne nuss finden bisher habe ich sie nicht gesehen ich hoffe ich habe sie noch nicht verpasst die ersten zwei kamen sofort und dann kam keine mehr aber wir haben auch immer noch ne dann wurde die übrig und ne zweite mission ist auch noch übrig was soll das stehen ich kann jetzt zu dem o werden was hier fehlt ok machen wir gleich ja ok machen wir jetzt jo ich bin ein o ha es war so klar ja oh lol das war nicht nur eine mission das hat auch noch schöne kohle gegeben jo was ist ah ok durch den durch den gummi effekt erzeugt man so einen richtigen luftstoß ja äh übrigens es ist sehr peinlich dass ich in der letzten folge den hinweis nicht gelesen habe was man tun kann bei dem eis das stand halt sogar drunter ich habe das nicht gesehen also ich habe es wirklich nicht gesehen es ist schon schon peinlich sowas muss ich gestehen aber naja ist dann halt so ne ok aha da ist ein boot ok da unten wird etwas erklärt mit boot ach so oh so kann ich die erledigen crazy ok da ist das ziel das ist mir zu bald da fehlt noch ne ganze menge ach da ist so ne Nuss gucke mal dann fehlt noch ein Woddle Dee ja es fehlt eigentlich nur noch ein Woddle Dee ok hm ich meine das ist das letzte das ist der letzte Woddle Dee da kann es nicht sein aber wir sind jetzt auch direkt hier hingegangen wir hätten hier noch hochgekonnt deswegen gehe ich jetzt erstmal schnell da hoch wahrscheinlich ist da noch ein Woddle Dee weil irgendwas muss ja hier noch sein ach hier unten ich sehe es ich sehe es achso zum ziel hätte ich auch ohne ups zum ziel hätte ich auch ohne Woddle Dee äh ohne Boot gekonnt das Boot ist der Bonus hoppala komm ich da durch natürlich nicht schade so jetzt aber bam und dann ist hier der letzte Woddle Dee jawollo so so muss das sehr schön tschüss ok fahren wir weiter Boot und dann kommen wir ins Ziel jetzt wo steuere ich denn hin eigentlich so jetzt fahr doch einfach wieder raus danke wo kommen jetzt die ganzen Münzen waren die vorher auch schon da oder hast du die jetzt erst aufgetaucht hab ich die alle ignoriert bisher kann ich mir fast nicht vorstellen so Abflug sehr schön das war doch ganz lustig im wilden Modus geschafft uuuuh der schwierige wilde Modus ey ein spinnt und ein Zielschreibenschalter haben wir alles noch nicht gut so da ist Level 2 da ist Level 2 die Betoninseln ja dann gehen wir da doch gleich hin haben wir hier nichts mehr zu tun aha da taucht der nächste Stern auf ja und noch einer und andere haben wir das letzte Mal schon geöffnet genau den so zum Beispiel haben wir schon gefunden ich glaub die ganzen Verstecksachen haben wir alle schon gefunden oder oder das wobei die taugen vielleicht auch Stück für Stück erst wieder auf das kann auch sein weil ich meine dass wir da schon alles rum geschaut hätten ja wir gehen jedenfalls ins Level 2 erstmal rein wir machen gleich 2 Level auf einen Schlag warum nicht ging ja schnell ich denke das geht auch schnell so 2 Parts pro Video sehe ich mich eigentlich ähm gut oh das waren Vögel oh grüße 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 nennen sie das ok ich dachte erst das ist ein Gegner und wollte angreifen dann ist er vor Schreck weg geflogen weil ich ihn mit dem Hammer mal trittiert habe aber das sind einfach grüße genau genau so hätte ich das auch bezeichnet jetzt wisst ihr bescheid wenn ihr jemanden grüßen wollt einfach mit dem Hammer einmal drauf dann könnt ihr sagen das hat euch Nintendo beigebracht das würde mich jetzt direkt wieder interessieren ob das im Englischen auch so heißt kann man hier die Sprache nicht umstechen hätte mich jetzt auch gewundert als ob das da heißt Guid Guid 3 Birds oder sowas das wäre wild so ich habe jetzt im Wasser auch nichts spannendes Leute ich habe jetzt im Wasser auch nichts spannendes gesehen also ich denke mal äh dass da nichts war was wir verpasst haben konnten ok da ist jetzt ein Model D drin sehr schön eins von vier so jetzt muss ich ins Wasser zurück da ist wieder so eine Nuss gibt es die auch wieder als Option? nein die sind optional diesmal äh als Mission wollte ich auch sagen aha ok vielleicht muss ich erstmal die angreifen oh nein nein oh ok ich brauche den ok jetzt ist der da drüben aber auch aha ja ok aber dann müssen wir den Hammer jetzt hergeben ok yo das ist eine komplett neue Fähigkeit die kannte ich noch überhaupt nicht Maulwurf Kirby oh kann ich damit schwimmen? nein ok also tauchen meinte ich ok das ist cool wie soll ich denn die jetzt bekommen? ok die war hoffentlich nicht so wichtig so da ist ein Vogel ich habe den Vogel gegrüßt hm haha ok das ist schon ziemlich cool Das ist schon echt ziemlich cool Oh Nice Okay Aha Das war nicht, was ich wollte Ah, den kann ich Okay, da kann ich mich verwandeln In so ein Ding Okay Aber wahrscheinlich kann ich da nur lang Ja, genau Nur geradeaus fahren, sozusagen Nice Okay, einer fehlt in der Mitte Und hier wäre jetzt wahrscheinlich der letzte gewesen Okay Muss ich nochmal kurz zurück Irgendwo habe ich einen ausgelassen Ah, ja moin Wo könnte das nur sein Ich weiß es auch nicht So Jetzt bringt der Kran hier wieder was hoch Juhu Die nächste Woddel, die Kiste Na Yes Sehr schön Okay Hier ist nix weiter Auch kein Vogel, den ich grüßen könnte Doch Und damit haben wir die Vögel auch schon So Vor allem Man grüßt sie und sie hauen einfach ab Kennt ihr das? Ihr grüßt jemanden Und die Person geht einfach So Hallo Und die Person so Uah, nee Weg Ganz schnell weg No Oh, okay Wobei Ey Gib mir das zurück Aha Ich sammle wieder Kristalle Das ist schon Nice So als Feature Wow Da wollte ich jetzt eigentlich nicht Aber das ist nur ein Bonusweg Na ja, okay Alles gut Oh Ja, let's go Was Kirby alles werden kann Okay Juhu So Nervous Wo 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 habe ich den Kollegen übersehen Das ist jetzt Das ist jetzt schlecht Hä Seitdem Okay Was Okay Ich kann nicht mehr zurück Ach stimmt Ich bin mit dem Stern hergekommen Aber war dann Aber war dann in dem anderen Abschnitt Noch einer Da habe ich doch gerade erst einen bekommen In der einen Truhe Kann da so schnell schon der nächste gewesen sein Oder habe ich hier jetzt einfach was übersehen Ich würde ja vermuten Ich würde ja vermuten Ich habe hier bisher was übersehen Irgendwo kann ich vielleicht unten drunter durch Oder Keine Ahnung Hier kann ich vielleicht unten drunter durch Nee Hier geht auch nix Hä Aber wenn ich hier hoch gehe Dann kommt da ja schon der an Wo habe ich denn den jetzt wieder verpasst Also da muss der in dem Wasserabschnitt sein Würde ich jetzt mal vermuten Vorsichtig Oh hier komme ich gar nicht rein Okay Ja weil hier war der jetzt ja schon dann Ja gut Keine Ahnung Müssen wir mal gucken wo der auftaucht Oh Okay das war eine Mission Ja und dann ist hier vorbei Also den dritten haben wir verpasst Aus irgendeinem Grund irgendwo Na gut Gucken wir mal ob wir ihn finden Und wo Vielleicht hat ja die geheime Mission was damit zu tun Okay Insel der Schätze haben wir nicht erreicht Okay Dann ist da wahrscheinlich auch der andere Wurde Dann habe ich irgendwas verpasst Dann habe ich irgendwas verpasst Okay Na dann let's go Insel der Schätze suchen noch Tschüss So Und noch einer Okay ich bin gespannt Also der Anfang dürfte ja Kann ja eigentlich nichts weiter sein Das haben wir ja alles gemacht Das kann ich eigentlich alles überspringen So Jetzt habe ich den Ah die Frage ist halt Oh Mensch Ah die Frage ist halt wirklich Was ich tun muss Um diese Insel der Schätze zu erreichen Also ich würde auf jeden Fall versuchen nochmal alle diese Diese Kristalle zu sammeln Auch wenn die eigentlich nur für den anderen Wurde die waren Aber vielleicht Mit dir irgendein Bewandtnis So 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 Okay. Oder ich hätte hiermit noch irgendwas tun sollen. Oh mein Gott. Aber hier ist halt nichts weiter. Hier ist nur der Kristall noch. Anderer Weg ist hier aber auch nicht. Okay. Aber dann muss ja zwischen hier und diesem Stern. Muss ja noch irgendein Weg sein. Man kann hier einfach... Das war... Das war viel simpler als gedacht. Oh lol. Man kann da einfach raus. Ich dachte so halt, da ist eine Levelgrenze. Aber da ist keine Levelgrenze. Oh lol. Toll. Das ist... Okay, das ist... Das ist actually ziemlich witzig. Weil man denkt halt wirklich, okay, hier wird halt eine Wand sein. Und dann geht es da einfach raus. Das ist actually ziemlich witzig. Okay. Ab ins Ziel. Und dann geht's. So Easy Okay Jetzt reicht es aber wirklich Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und Wir machen dann nächstes Mal mit den nächsten Leveln weiter Ich denke die ganzen Challenges machen wir zum Schluss Der Welt Ich glaube das ist ganz okay Ja Oder kommt jetzt noch Eigentlich wird jetzt nur die Model Die sind noch gezählt Dann kann man eigentlich aufhören Gut Ja danke fürs Zuschauen Und tschüss